Die spielerischen Leistungen des BVB an den ersten beiden Spieltagen waren, und ich denke das kann man auch genauso sagen und wir können uns alle darauf einigen, ernüchternd. Viele Fans, inklusive auch ich, haben sich da zu diesem Zeitpunkt schon einen Ticken mehr erhofft. Dennoch will ich in diesem Video mal mit euch darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass wir Nuri Sahin und dem BVB die nötige Zeit geben müssen. Und das nicht, weil Nuri Sahin danach gefordert hat, das können nämlich alle, aber es gibt durchaus Gründe, warum das Ganze derzeit noch hakt. Aber definitiv auch in Zukunft deutlich besser werden kann und auch besser werden wird. Davon bin ich überzeugt und warum ich das so sehe, darum soll es jetzt gleich gehen. Vorab lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zum BVB und den Top Themen der Bundesliga zu verpassen. So und in dem Sinne kommen wir zum ersten Punkt und das ist der, dass die Automatismen nicht von heute auf morgen entwickelt werden können. Und da muss man einfach auch daran denken, für welchen Fußball der BVB unter Edin Terzic zunächst stehen wollte. Ich erinnere nur an die Worte weniger sexy, mehr Erfolg. Und das ist ja auch genau das, was der BVB zuletzt versucht hat umzusetzen. Ehe es dann im vergangenen Winter eine Umstellung gab, in dem man Nuri Sahin und Sven Bender als Co-Trainer Terzic zur Seite gestellt hat. Und seitdem ging es ja schon mal langsam bergauf und immerhin hat man in der Zeit auch das Champions League Finale erreicht. Teilweise mit viel Glück, aber gerade wenn ich an das Finale denke, auch wenn man es nicht gewonnen hat, es war schon besserer Fußball dabei. Jetzt kommt allerdings noch oben drauf, dass man sich in einem sehr großen Umbruch befindet. Es wurden viele Spieler abgegeben, der ein oder andere hat den Verein auch ablösefrei verlassen und man hat einige neue Spieler hinzugeholt. Und als wäre das noch nicht genug, das alles sollen jetzt keine Ausreden an sich sein, aber das sind Punkte, die man halt mit einberechnen muss. Die Nationalspieler sind erst spät zur Mannschaft hinzugestoßen. Und das gilt eben auch für die Neuzugänge. Kuto und Gerasi beispielsweise konnten sich bis jetzt noch gar nicht zeigen. Gerasi, weil er bis jetzt noch nicht eingreifen konnte und Kuto, weil es im ersten Spiel sich nicht ergeben hat, ihn einzusetzen. Und jetzt hat er sich auch eine kleine Blessur zugezogen. Entsprechend kommen da nochmal zwei Spieler nach der Länderspielpause hinzu. Die dem neuen Spielstil oder geplanten Spielstil des BVB mit prägen sollen. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass auch bei anderen Mannschaften die Nationalspieler erst sehr spät hinzugestoßen sind. Der Unterschied ist nur, dass bei den meisten anderen Teams eben diese Spieler vorher schon im Kader waren und für diese Vereine gespielt haben. Und beim BVB müssen diese Spieler halt wirklich von jetzt auf gleich sofort funktionieren. Und das geht nur ganz selten. Und dafür haben sich dann zum Beispiel Pascal Groß und Waldemar Anton schon ganz gut eingelebt. Allerdings sind das jetzt auch nicht die Spieler, die in der Offensive für Furore sorgen sollen. Und genau da hakt es ja jetzt gerade beim BVB noch. Spieler wie Jamie Beino Gittens und Julien Duranville sind Jungen, die ja werden Leistungsschwankungen haben. Gittens hat ja auch seine Leistungsschwankungen. Und konnte sich jetzt gegen Bremen von Anfang an nicht so zeigen, wie von der Bank gegen Eintracht Frankfurt. Solche Spieler brauchen generell von Natur aus Zeit. Dann ist es eben so, dass nicht nur der Umbruch mit einem großen Schritt eingeleitet wurde, sondern dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Fußball jetzt auch ein anderer werden soll. Für welchen man eben neue Automatismen entwickeln muss mit neuen Spielern und auch in einem anderen System als noch bei den Trainern zuvor. Nuri Sahin hat ja bis dato mit einer Dreierkette im Aufbau gespielt oder nennen wir es von mir aus auch asymmetrische Viererkette, ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist es auch etwas, was Zeit benötigt, bis das endgültig verinnerlicht wird. Und das Positive, was man jetzt an der Stelle mal sagen muss, defensiv sah das beim BVB, wie ich finde, schon ganz gut aus. Natürlich hat man jetzt nicht alles verhindert und das wird man so auch nicht immer können. Und wenn sich offensiv nichts tut, dann wird man auch irgendwann hinten einen reinkriegen und auch mal wieder Spiele verlieren. Aber wenn das Ganze offensiv auch anfängt zu fruchten, wenn eben ein Maximilian Bayer sich beispielsweise beim BVB eingefunden hat. Ich meine, gerade er findet sich ja auch in einer anderen Rolle wieder. Denn bei Hoffenheim war er hauptsächlich stark nach Kontern und gerade gegen tiefstehendere Gegner, auf die der BVB noch treffen wird, wird er sich da vor allem auch noch physisch weiterentwickeln müssen. Dann, wie schon erwähnt, wird es noch sehr spannend sein zu sehen, wie denn das BVB-Spiel aussieht, wenn Zero-Gerasi fit ist. Ich glaube, gerade er und darüber wird es irgendwann in den kommenden Tagen, vielleicht auch erst nächste Woche nochmal ein separates Video geben. Genau er kann nochmal, oder ja, ich bin sogar davon überzeugt, dass er ein richtiger Gamechanger wird. Das Offensivspiel mit ihm wird sich dann beim BVB nochmal ändern. Das Einzige, was ich hier halt kritisch sehe, man hat diesen Spielertypen jetzt damit, dass man eben Füllkrug und Allaire abgegeben hat, nur ein einziges Mal im Kader. Der BVB hat eine ziemlich heftige Dreifachbelastung und da bin ich echt mal gespannt, wie sein Körper das mitmachen wird. Denn davon wird viel abhängen und das ist eher der Punkt, den ich beim BVB jetzt in dieser Saison noch am kritischsten sehe. Wenn denn mal alle Spieler da sind und das Ganze dann funktioniert, was ist, wenn sich da dann der ein oder andere Schlüsselspieler mal verletzt? Ich meine, das kennt man ja beim BVB. Sprich, da muss man es definitiv auch hinkriegen oder scheinen muss es hinkriegen, dass der Sturm auf Dauer auch ohne Gerasi funktionsfähig ist. Und das ist momentan wirklich ein Punkt, den ich als knifflige Angelegenheit sehe, weil egal ob Adeyemi malen, Bayer bis jetzt, da konnte sich bis dato noch keiner so richtig auszeichnen. Aber auch da muss man einfach mal die Entwicklung abwarten, weil sich eben auch für diese Jungs jetzt erstmal einiges ändert. Ich glaube, Adeyemi haben wir vor Schein auch nicht wirklich auf dem Sturm gesehen, sondern eher über außen. Das hat sich ja jetzt unter Schein geändert oder ist gerade dabei, sich zu ändern. Von daher ist es auch klar, dass das nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Und umso verständlicher finde ich es eben, dass man da noch Probleme hat. Und das alles zählt ja auch zu den Gründen, warum ich den BVB zwar als potenziellen Herausforderer für die Spitze sehe, wenn es denn zeitnah besser wird. Aber warum ich auch in meiner Prognose trotz meines Hypes wegen der Transfers gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass es für einen großen Wurf in dieser Saison reicht. Als viel wichtiger empfinde ich persönlich es aber, dass man hier jetzt nicht unbedingt auf Krampf anpeilt, dass es dieses Jahr klappt. Jetzt ist wirklich erstmal die Entwicklung das Wichtigste. Natürlich muss man auch die Ziele dabei erreichen, gar keine Frage. Es muss insgesamt deutlich besser laufen als in der vergangenen Saison, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, der Prozess, bis man hier wirklich eine ganz, ganz schlagfertige Truppe hat, der wird schon eine Saison dauern, meiner Einschätzung nach. Aber ich glaube, wenn man dem Team und Nuri Sahin die Zeit gibt, dann kann hier etwas Großes entstehen. Die Stimmung im Team ist definitiv keine schlechte. Wir haben jetzt erst ein Pokalspiel und zwei Spieltage gesehen. Da jetzt direkt wieder durchzudrehen ist, glaube ich, noch verfrüht. Da wird man noch ein paar Spiele abwarten müssen. Da glaube ich aber auch, dass wir genau das tun sollten. Wichtig ist halt, dass wir nach und nach immer mal wieder Entwicklung sehen. Das wird entscheidend sein. Und man muss halt auch damit rechnen, dass weiterhin auch mal das ein oder andere schlechte Spiel dabei sein wird. Aber ich sage es euch, wie es ist. Vor nicht allzu langer Zeit hätte der BVB das Spiel gegen Werder Bremen dank der gelb-roten Karte wahrscheinlich sogar verloren. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man das Ganze auch vielleicht noch hätte für sich entscheiden können, wenn man an der Stelle nicht gelb-rot gekriegt hätte. Denn das hat auch einen Unterschied gemacht in Richtung eines noch potenziellen Wechsels von beispielsweise Julien Duranville, der dann ähnlich wie Beinu Gittens, ich hatte schon auf dem Schirm, mit einer genialen Aktion, das Ruder sogar noch für den BVB umreißen kann. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, der sich positiv entwickeln kann. Gerade Spieler wie Duranville und Beinu Gittens, wenn die jetzt zu 100% fit bleiben. Man hat ja durchaus das Potenzial mit den Einzelspielern, die dann auch mal ein Spiel mit einer einzigen Aktion entscheiden können. Das ist zwar dann etwas, was durchaus auch schon mal negativ gewertet wird, wenn man dann sagt, ohne die Einzelaktion hätte man es nicht gepackt. Aber ich sage es euch, wie es ist. Viele Spitzenvereine gewinnen knifflige Spiele durch Einzelaktionen. Das heißt nicht, dass man es nur darauf ankommen lassen sollte. Ganz im Gegenteil, da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Aber das ist einfach auch eine Qualität. Was ich bei all dem aber von Nuri Schein auf jeden Fall erwarte, ist, dass er zu 100% selbstkritisch bleibt. Bis jetzt wirkt das auch so auf mich, dass er nichts schön redet. Das finde ich, hat er bisher auch nicht getan. Und dass er auch, wenn nötig, die angekündigten Konsequenzen zieht, wenn Spieler ihre Leistung nicht so abrufen, wie sie es eigentlich sollten. Das wird für mich ein entscheidender Faktor sein, dass der BVB zum Erfolg kommt. Alles in allem würde ich damit jetzt einfach mal sagen, warten wir die nächsten Spiele weiter ab. Wie es sich verhält, wenn Gerasi da ist, wenn Jan Kuto mal zu seinen Einsätzen kommt, der wie ich finde auch ein Spieler ist, der dem BVB richtig viel Impact geben kann. Was passiert, wenn Konsequenzen gezogen werden, wie zum Beispiel, dass Emre Can mal raus rotiert werden muss oder so. Oder ob es so weiterläuft, wie zuvor unter Terzic. Wenn letzteres passiert, ja dann können wir alle wieder richtig schön draufhauen. Aber vorher, lasst uns da lieber nicht zu früh aus der Haut fahren und dem Ganzen wirklich eine faire Chance geben. Und nicht nach zwei Spielen schon an die Decke gehen. Ja, das war spielerisch. Auf dem ersten Blick jetzt nicht die Erweiterung, aber immerhin seht's positiv, dass man noch ohne Gegentor dasteht. Und das auch nicht völlig zu Unrecht, weil die Defensive ja schon gut war. Denkt auch dran, dass die Automatismen sich wirklich erst noch entwickeln müssen, gerade bei der Systemumstellung. Da darf man einfach keine Wunder erwarten, jedenfalls keine schnellen. Und ich bleibe dabei, ich bin überzeugt davon, dass der BVB nach und nach wieder deutlich besseren Fußball spielen wird, als wir es zuletzt gewohnt waren. Auch wenn der ein oder andere mir da jetzt wahrscheinlich widersprechen wird, das ist völlig okay. Ihr wisst, ich akzeptiere jede Meinung, solange sie sachlich ist. Aber ihr wisst selber, ich bin auch oft sehr kritisch. Ich lasse mich natürlich auch schnell positiv hypen. Da kennt ihr mich auch. Da bin ich so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind. Und eigentlich wäre jetzt auch schon der Punkt erreicht, wo ich wahrscheinlich schon kritischer gewesen wäre. Aber ich sehe auch, dass man etwas verändern will. Für mich hat die Idee, die dahinter steckt, auf jeden Fall Hand und Fuß. Und jetzt wiederhole ich mich an der Stelle wahrscheinlich zum fünften Mal. Ich weiß aber auch, dass alles seine Zeit braucht. Auch wenn man davon im Fußball meistens nicht so viel hat. Aber gut, warten wir mal ab, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Wenn nicht, könnte mich ja später auslachen. Und damit habe ich dann auch gar kein Problem. An der Stelle könnt ihr mir jetzt gerne mal eure Meinung zu dem hier Besprochenen in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin dafür alles offen. Bleibt fair und sachlich. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.